Einen wunderschönen guten Morgen. Podcast-Ups sind bekanntlich eine Glaubensfrage. Also ernsthaft. Ich finde es tatsächlich interessant, wie das Abspielen von einer simplen Audiodatei so viele unterschiedliche Präferenzen und Meinungen hervorbringen kann. Und ich nehme mich dabei selbst gar nicht aus. Nun ist die Entwicklung meiner Lieblings-Up, Castro, so ein bisschen eingeschlafen. Zumindest wirkt das von außen so. Deshalb habe ich in den letzten zwei Wochen einen Seitensprung zu Pocket Cast gewagt.